Jo, weil immer wieder Fragen kamen. 12 Volt zu 230 Volt, aber was mache ich mit Batterien, wenn ich eigentlich nicht 12 Volt haben möchte, sondern 24 oder 36 oder 60 Volt oder was auch immer. Was mache ich dann? Wie kann ich Batterien so schalten, dass ich eine erhöhte Kapazität bekomme, also eigentlich muss man ja sagen Ladung, und trotzdem eine höhere Spannung. Das geht mit einer Kombination aus Reihen- und Parallelschaltung, aber um das mal ein bisschen verständlicher zu machen, hier komme ich gleich drauf, das ist gar nicht so gefährlich, aber hier dieser Pfeil, der sagt doch einiges aus, dieser hier. Hierum geht es, wenn ich hier oben links erscheinen lasse, geht ruhig mit dem Finger beim Handy mal drauf, dann habt ihr noch eine Möglichkeit euch weiterzubilden, beziehungsweise am PC kann man hier warten. So, zum Modell. Erstmal, stellt euch eine Wassertonne vor, die ist 1 Meter hoch vom Füllstand her, und dann ist es ja eigentlich logisch, dass ich, wenn ich 1 Meter Füllstand habe, mehr Druck drauf ist, als wenn ich nur einen halben Meter drauf habe. Beispiel, wenn ich jetzt 1 Meter als 0,1 Bar nehme, dann habe ich 12 Volt, bleiben wir bei irgendwann 12 Volt, oder ich habe 0,05 Bar eben, dann habe ich nur 6 Volt. Bis dahin müsste es logisch sein. Und jetzt hat diese Wassertonne, nehmen wir mal an, 60 Liter. 60 Liter ist ein angenehmes Volumen, und das soll mal so sein. Dann könnte ich das doch mit als die Ladung der Tonne bezeichnen, elektrisch gesehen. Tun wir mal so, als wenn es 60 Ampere Stunden wäre, beziehungsweise 1 Ampere Minute, 60 Minuten, 1 Stunde und so weiter. Das heißt also, dass ich 60 Ampere eine Stunde lang entnehmen kann, beziehungsweise 30 Ampere, wenn ich 2 Stunden lang entnehmen möchte. Dann kann ich nur die Hälfte des Stroms nehmen. Sonst ist die Tonne schneller leer als gedacht. Oder, wenn ich viel mehr nehme, dann habe ich nur eine halbe Stunde. 120 mal 0,5 ist auch wieder 60. Daher kommt es. Ich habe ja sonst immer locker gesagt, hier auch in den anderen Videos, ich glaube, jetzt kommt gleich der Link, ich sprach ja immer von der Kapazität. Das ist so ein typisches Wort, was man gerne gebraucht. Aber korrekterweise müsste ich sagen, die Ladung der Tonne. Aber um die Leute nicht durcheinander zu bringen, sprach ich immer von der Kapazität. Wer sich damit noch ein bisschen befassen möchte, die Ladung der Tonne, Q, ist Strom mal Zeit. I mal T, Strom mal Zeit. Und wenn ich diese Strom mal Zeit in die echte Kapazitätsformel, also C ist gleich einsetze, dann kann ich sagen, Strom mal Zeit durch Spannung. Ein Fahrrad ist zum Beispiel 1 Ampere mal eine Sekunde geteilt durch 1 Volt, also pro 1 Volt. Beispiel auf unsere Regentonne hier mit 60 Amperestunden durch 12 Volt, er gäbe eine Kapazität von 5 Amperestunden pro Volt. Das jetzt als Fahrrad auszudrücken, wäre ein bisschen spannend, dann müsste ich jetzt wieder entsprechende Kommazahlen hervorzaubern. Das bringt jetzt nicht viel. Gucken wir mal kurz, was kann ich denn also tun? Na, will er ja nicht. Ei, na sowas. So, ich kann also die Spannungen, den Druck kann ich erhöhen, indem ich einfach entweder die drei Regentonnen so übereinander stelle, nicht nebeneinander, übereinander und die verbinde. Dann habe ich einen höheren Druck oder ich nehme gleich eine dreifach so hohe Tonne. Aber Achtung, ne, also dreifach höherer Druck ergeben zum Beispiel hier auf unser Beispiel bezogen 3 mal 12 Volt 36 Volt. Das entspricht ja einer Reihenschaltung, komme ich aber gleich drauf. So, wenn ich jetzt aber sage, ich habe aber nur eine Ladung von 60 Amperestunden, ja, die habe ich doch dreimal. Ja, vorsichtig. Pro Höhe sozusagen, pro Volt. Also muss ich sagen, 60 Amperestunden, dreimal die Ladung, aber auch dreimal die Spannung. Dadurch geteilt, das ergibt wieder 5 Amperestunden pro Volt. Bringt mir also nicht so viel, wie ich dachte oder wollte. Gucken wir weiter. Wenn ich die Tonnen nebeneinander stelle und alle gleichzeitig verbinde oder besser gesagt gleich eine dreimal so dicke Tonne nehme, die also praktisch 180 Liter fast, aber nur einen Meter Höhe trotzdem Wasserstand hat, dann bleiben es trotzdem 12 Volt. Aber ich habe ja 60, 60, 60 Amperestunden da, die kann ich ruhig mal drei nehmen. Da die Spannung aber nicht gestiegen ist, ist meine Kapazität schon gestiegen. Das soll uns jetzt mal aber nicht ganz so sehr beschäftigen. Wer es wissen will, der guckt dann halt nochmal nach. Gucken wir mal schnell, wie sieht das aus mit Schaltzeichen der Batterien. Wenn ich drei 12 Volt Batterien in Reihe schalte, also hintereinander, Achtung immer auf die Polung achten, sonst klappt es nicht, dann habe ich also 36 Volt. Ich habe den dreifachen Druck sozusagen. Aber Achtung, wir dürfen nicht vergessen, jeder hat 60 Amperestunden. Und da ich aber jetzt auch die dreifache Spannung habe, dann bleiben es 5 Amperestunden pro Volt Kapazität. Wenn ich die, so wie die dicke Tonne, nebeneinander, also parallel schalte, immer auf die Polung achten, habe ich 12 Volt, 12 Volt, 12 Volt. Es kommt trotzdem bloß 12 Volt raus, aber ich habe mehr Strom zu entnehmen. Und dementsprechend, so wie vorhin das Rechenbeispiel, könnt ihr nochmal zurückspulen, ist auch die Kapazität gestiegen. So, und jetzt gucken wir an, was kann man also aus diesen Erkenntnissen machen. Na ganz einfach, um die Kapazität zu erhöhen, schalte ich drei dieser Elemente parallel, behalte zwar 12 Volt, aber habe hier schon die dreifache Kapazität, mache das nochmal und schalte die aber in Reihe, also den Pluspol mit dem Minuspol der anderen Gruppe sozusagen. Und hier auch wieder den Pluspol mit dem Minuspol der anderen Gruppe. Dann habe ich die also in Reihe geschaltet, habe 36 Volt und ich kann meine 180 Ampere Stunden trotzdem entnehmen. Ich hoffe, dass ich damit einigermaßen zum Verständnis nochmal beigetragen habe, denn es kamen immer wieder Anfragen, wo es noch nicht ganz so klar war. Und ich hoffe auch, dass ich mit diesem Tonnenbeispiel das ein bisschen deutlicher machen konnte. Eigentlich ist es nichts anderes. Ich werde zum Schluss hier nochmal, werden gleich Links erscheinen, vor allem die Playlist mit Elektrizitätslehre anfügen. Und wer sich dann wirklich damit ein bisschen grundlegender beschäftigen will, guckt die sich hintereinander an und dann weiß er genau das gleiche wie ich. Gut, na denn, ich hoffe, es hat geholfen und verbleibe mit freundlichen Grüßen und besten Wünschen und bis zum nächsten Video. Tschüss, tschüss.